So, hallo, wir wollen uns in diesem Video beschäftigen mit Scholems Funktionen. Wer ist Scholem und was sind seine Funktionen? Das wird sich gleich herausstellen. Es geht natürlich weiterhin um die syntaktische Umformung von prädikatenlogischen Formeln mit dem Ziel am Ende, einen Algorithmus zum logischen Schließen angeben zu können. Willkommen zurück, mein Name ist Markus Krütsch, Theoretische Informatik und Logik ist der Kurs, in dem wir uns befinden und ich bin an der TU Dresden. Und Sie vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Das freut mich besonders natürlich. Sie können auch gerne natürlich zu uns kommen. Es gibt interessante Masterstudiengänge auch hier, wenn man sich für diese Themen interessiert. Da kann man sich auch noch viel mehr vertiefen in formaler Logik, symbolischer KI und allem, was dazu gehört. Scholem. Oder besser gesagt, Scholem sollte ich Ihnen wohl aussprechen. Hier sehen Sie ihn. Ein beeindruckendes Porträt von diesem berühmten Mathematiker. Weniger berühmt vielleicht als manch anderer. Und auch in gewisser Weise erst relativ spät erkannt. Ein ziemlich ernst reinblickender Mensch hier. Aber ein Mensch mit Prinzipien sicherlich. Auch ein Mensch, der sehr grundlegende Ideen vorangetrieben hat und dabei nicht immer unbedingt die Anerkennung erhalten hat, die vielleicht dem Ganzen gebühren würde. Also Norweger, das ist die Herkunft dieses Namens. Thuralf, Alberts, Gulem. Selbst Pionier der mathematischen Logik. Zum Teil hat er Dinge gemacht, die für die andere bekannt geworden sind. Zum Beispiel hat er Verbesserungen in der Mengenlehre von Zermelo vorgeschlagen. Fast zeitgleich zu Frenkel. Und heute sprechen alle von Zermelo-Frenkel-Axiom und niemand spricht von Zermelo-Skulem-Axiom. Er hatte auch fast Gödels Vollständigkeitssatz, von dem ich schon gesprochen hatte, vor Gödel bewiesen. Aber das wurde nicht weiter wahrgenommen. Zum Beweis hier ist er auch nicht ganz gekommen. Interessanterweise war er auch ein großer Skeptiker gegenüber unendlichen Mengen, vor allem gegenüber überabsehbar großen unendlichen Mengen, die er nicht als mathematische Realität oder überhaupt philosophische Realität anerkennen wollte. Und Sie sehen also, auch hier mischt sich stark Philosophie und Mathematik. Das ist ein Motiv, was uns immer wieder begegnet bei den Logikern und ganz faszinierend in gewisser Weise ist. Ich habe es schon gesagt, Gödel hat versucht, die Existenz Gottes zu beweisen, mithilfe von Modallogik. Russell hat sich der Logik ausführlich gewidmet und gleichzeitig atheistische Schriften verfasst. Und hier haben wir Skulem, der also fest überzeugt ist davon, dass es bestimmte Unendlichkeiten nicht gibt und dass es keinen Sinn macht, über sie zu sprechen. Was im Übrigen, wie ich hier auch erwähnt hatte auf der Folie, für Gödel der Grund war, warum Skulem es nicht geschafft hat, den Vollständigkeitssatz als erster zu zeigen, weil er das dafür notwendige Konzept nicht parat hatte oder nicht weiter betrachten wollte. Mag sein. Aber Sie sehen, interessante Zeit und es ist in gewisser Weise auch sehr speziell, dass die Logik in dieser Zeit nicht wie heute mit praktischen und anwendungslastigeren Themen verknüpft ist, wie eben automatisches Schließen und eben symbolische KI oder Softwareverifikation, sondern dass es in dieser Zeit tatsächlich sehr grundlegende philosophische Debatten gibt in dieses Thema und dass es eine Disziplin der reinen Mathematik darstellt in diesem Moment. Also man ist noch weit vor der Zeit, in der die Computer die Bedeutung haben, die sie heute haben und man sieht dieses Potenzial noch nicht in dem Maße. Gut, also Skulem, interessanter Zeitgenosse, gibt es einiges drüber zu lesen, auch online, wenn Sie das mögen. Was aber sind nun seine Funktionen? Die wesentliche Idee, die wir hier betrachten wollen, stammt aus dem Jahre 1920, auch früh, wenn Sie es vergleichen mit einigen anderen Dingen, die hier erwähnt werden. Und diese grundsätzliche und sehr wichtige Idee ist, dass man sich existenzielle Quantifikation in der Logik auch als eine Auswertung einer Funktion vorstellen kann, bei der der Funktionswert das gesuchte Element ist. Wir werden gleich sehen, wie das gemeint ist. Hier ein Beispiel. Wir hatten den Satz, für alle x gibt es ein y, so das hat Vater xy, der letztlich nur ausdrückt, jeder hat einen Vater betrachtet. Und diesen könnte ich auch darstellen, indem ich schreibe, für alle x gilt, hat Vater x, Vater von x. Und was soll das bedeuten hier? Naja, das ist eine Funktion über x, die uns einen Wert von x in Abhängigkeit von x liefern soll, nämlich den Vater. Also die Idee hier ist, es gibt eine einstellige Funktion, die ich hier als kleingeschrieben Vater notiere. Und diese gibt für jedes Domänelement den Vater, besser gesagt einen Vater des Elements zurück. Ja, also diese Aussage drückt nicht aus, dass es immer genau einen Vater gibt, aber diese Funktion würde uns natürlich immer nur einen Wert liefern und das wäre eben ein Wert, der für diesen Existenzquantor geeignet ist, um das zu erfüllen. Ja, also das ist die Grundidee. Insbesondere folgt natürlich daraus, dass jeder einen Vater hat. Diesen eben, der durch Vater von x geliefert hat. Okay, das wollen wir gerne nutzen, so wollen wir Existenzquantoren darstellen. Jetzt sehen Sie natürlich in dieser Darstellung, hier kommt etwas vor, was wir bisher nicht besprochen haben, nämlich Funktionssymbole in der Logik. Ich glaube, intuitiv ist nicht ganz schwer zu verstehen, wie die gemeint sind, was ich damit mache, aber in unserer Definition von Syntax und Semantik war das noch nicht dabei. Das möchte ich jetzt kurz nachholen und Ihnen dabei erstens kurz wiederholen, wie wir Syntax und Semantik der Logik definiert haben, weil das im Prinzip alles noch mal ganz kurz aufblitzt und zweitens auch ein bisschen zeigen, wie man eine Logik abändern kann. Wir machen einfach noch mal die gleichen Definitionen mit ein paar kleinen Änderungen und haben auch wieder eine interessante Logik. die in dem Fall ziemlich ähnliche Eigenschaften hat, wie wir noch sehen werden. Aber das kann man tun. Also ich hatte ja schon mal erwähnt, es gibt natürlich die eine Prädikatenlogik, die man meint, wenn man davon spricht. Und da geht es nur um kleine Abwandlungen und es ist im Prinzip jedem klar, was gemeint ist. Aber es gibt auch viele andere Logiken und uns bindet ja nichts. Wir können leicht Definitionen abwandeln, so wie wir sie gerade brauchen, gerade in der Mathematik oder auch in der Informatik und müssen uns dann nicht an irgendein Lehrbuch halten, wenn das sagt, wir brauchen irgendein Feature. Okay, also jetzt kommt eine neue Definition, eine alternative Definition von Prädikatenlogik mit Funktionssymbolen. Dazu brauchen wir zunächst mal eine erweiterte Signatur. Sie erinnern sich, ich hatte bisher Variablen, Konstanten und Prädikatssymbole. Jetzt kommen hier auch noch F-Funktionssymbole dazu. Und die schreibe ich meistens, wenn ich nichts Konkretes wie Vater habe, als F, G, H, so wie wir auch in der Mathematik typischerweise Funktionssymbole schreiben. Jedes Prädikat hat eine Stelligkeit, das wissen Sie bereits. Jedes Funktionssymbol hat ebenfalls eine Stelligkeit. Auch hier lasse ich Stelligkeit 0 zu. Wobei man sagen muss, dass eine nullstellige Funktion sich nicht sehr unterscheidet von einer Konstant. Also das ist in gewisser Weise überlappend. Man kann auch Prädikatenlogik ohne Konstanten definieren und überall nullstellige Funktionen verwenden. Für uns ist es aber ganz gut, wenn wir beides haben, weil wir werden Funktionssymbole ausschließlich benutzen, um Golems Kodierung von Existenzquantoren auszudrücken. Und dabei können sie auch manchmal nullstellig sein, während Konstanten auch so in der Formel vorkommen dürfen und mit den Quantoren und Golem nichts zu tun haben. Okay, das ist also die Prädikatenlogik. Man kann jetzt mit diesen Funktionssymbolen komplexere Terme konstruieren. Das ist jetzt eine neue, komplexere Definition. Bisher waren Terme ja für uns nur Variablen oder Konstanten. Das war also ganz einfach, was ganz flach ist. Entweder also XYZ oder ABC, das war ein Term, mehr konnte es nicht sein. Wenn wir jetzt Funktionssymbole einführen, dann können wir neue Terme bilden durch Funktionen und durch geschachtelte Funktionen. Das heißt, wir haben jetzt eine induktive Definition oder anders gesagt, wir haben so rekursive Bedingungen, wenn man will, die sagen, ein Term ist also eine, entweder etwas, was eine Variable oder Konstante ist oder es ist ein Ausdruck, der so aussieht. Wir haben ein Funktionssymbol gefolgt von einer Reihe von Termen, ja, rekursiv definiert oder induktiv definiert, wenn Sie wollen. Wobei F ein Funktionssymbol ist, das Arität N hat und T1 bis TN wieder Termes sind, beliebige Terme. Okay, also geschachtelte Funktionssymbole sind natürlich insbesondere auch erlaubt. Okay, das heißt, Terme haben jetzt viel mehr Struktur, sind kompliziertere Objekte als zuvor und wir müssen natürlich das jetzt überall so mitnehmen. Aber an allen anderen Stellen bleibt eigentlich alles so, wie es bisher gewesen ist. Also die Syntax von Formeln ist genau die gleiche wie zuvor mit dem einzigen Unterschied, dass wir die neuen Terme verwenden. Ein Atom der Prädikatenlogik mit Funktionen ist auch wieder ein Ausdruck, Prädikatsymbol gefolgt von N Termen, wobei N die Ställigkeit von P ist und die Terme dementsprechend. Nur, dass eben jetzt auch Funktionssymbole verwendet werden dürfen in den Termen. Die Menge der Prädikatenlogischen Formen mit Funktionssymbolen ergibt sich genau wie zuvor, indem man einfach diese Art von Atomen, diese Art von Ausdrücken mit den bekannten Operationen und Quantoren verknüpft. Okay, und hier haben wir ein paar Beispiele. Ich kann zum Beispiel schreiben, für alle x, falls gilt, dass hat Bruder, Mutter von x, dann bedeutet das, oder folgt daraus, x hat Oheim, Bruder, Mutter von x. Ja, also, was bedeutet das? Also, die Idee hier ist, dass dieser Ausdruck hier, der Oheim ist der Mutterbruder, also der Onkel mütterlicherseits, das war früher wichtig. Es gab Zeiten, in denen die soziale Verantwortung sehr unterschiedlich aufgeteilt war zwischen den verschiedenen Familienangehörigen und der Oheim hatte da eine besondere Rolle. Das ist also der Ausdruck, dass wir sagen, x hat den Oheim, der gegeben ist durch die Funktion Mutter x angewendet auf Bruder x, also das heißt, es ist der Bruder der Mutter von x und das soll immer dann gefolgert werden, wenn die Mutter überhaupt einen Bruder hat. Das möchte ich mit diesem einstelligen Prädikat hier ausdrücken, hat Bruder, Mutter von x. Also, falls x Mutter einen Bruder hat, dann ist der der Oheim. Wobei der hier nicht, also klar definiert ist, hier sage ich nur, es gibt einen Bruder, hier sage ich, der Bruder ist durch diese Funktion gegeben. Okay, was natürlich auch ein bisschen seltsam ist, denn denkbar wären natürlich mehrere Brüder und nicht nur einer und die Funktion kann aber immer nur einen liefern. Klar. Okay, aber Sie sehen, wie das im Prinzip funktioniert. Wir sind ja bei der Syntax und nicht bei der Frage, ob das eine gute Modellierung für Familienbeziehungen ist. Also nehmen wir es mal so hin. Und wir sehen hier diese geschachtelten Ausdrücke. Ich weise jetzt schon darauf hin, dass man nicht verwechseln darf, dass Funktionen und Prädikate unterschiedliche Dinge sind, obwohl sie im Prinzip sehr ähnlich erscheinen, syntaktisch. Also beides wird irgendwie geschrieben und hat Klammern mit Argumenten dahinter. Der Unterschied ist, dass die Funktionen im inneren Teil sich auf Terme beziehen und quasi Domänelemente als Ergebnis liefern und die Prädikate, die ganz außen stehen, beziehen sich auch auf Terme, aber liefern Wahrheitswerte als Ergebnis. Also Hartbruder kann wahr oder falsch sein, während Mutter von x ein anderes Element ausgehend von dem Element, was wir für x annehmen, zurückliefern wird. Das sind einfach verschiedene Rückgabewerte, wenn Sie so wollen. Und das muss man trennen. Das ist nicht das Gleiche, das darf nicht vermischt werden. Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das Gleiche einzuführen, weil ich weiß, dass das immer verwechselt wird. Das kommt vor bei den Studierenden. Hier ist ein zweites Beispiel. Für alle x und alle y gilt, wenn die Mutter von x gleich der Mutter von y ist, dann sind x und y Geschwister. Hier verwende ich Gleichheit. Die hatten wir ja auch schon mal diskutiert, dass man das leicht einführen kann oder einfach annehmen kann, dass die definiert ist in der Logik. Und das heißt, das Prädikat hier ist Gleichheit und die beiden Terme, die in Prädikate in Beziehung gesetzt werden, sind die beiden hier, also zwei Funktionsterme. Auch hier sehen wir natürlich, dass die Modellierung hinkt. Es wäre denkbar, dass x und y das gleiche Element bezeichnen. Dann ist auch sicherlich Mutter gleich und trotzdem ist es nicht sinnvoll, von Geschwistern zu sprechen. Okay, gut. Syntaktisch klar. Dann gehen wir weiter zur Semantik. Die Semantik hatte ich schon ein bisschen mit angerissen. Basiert einfach auf der Grundidee, dass man jetzt diese Funktionen auswertet, semantisch als Funktionen über der Domäne. Das heißt also, die Eingabe wird sein eine Menge von Domänelementen entsprechend der Zahl der Argumente und die Ausgabe wird auch wieder ein Domänelement sein. So wollen wir die Funktionssymbole interpretieren. Das heißt also, während den Prädikaten Relationen zugeordnet waren, die man auch als boolsche Funktionen annehmen könnte, wo wahr oder falsch zurückkommt für jedes Tupel, wären bei den Funktionssymbolen Funktionen über der Domäne und die wieder in die Domäne rein abbilden. Angenommen. Okay. Wir müssen das also so interpretieren. Hier steht, wie das funktioniert. Eine Interpretation, I in der Prädikatenlogik mit Funktionen, ist wieder ein Paar aus Domäne und Interpretationsfunktionen. Die Domäne ist einfach wieder die Grundmenge von Elementen, da hat sich nichts geändert. Die Interpretationsfunktion ist auch ziemlich ähnlich, aber jetzt ist es so, dass zunächst Konstanten auf Domänelemente abgebildet werden. Endstellige Funktionssymbole werden abgebildet auf endstellige Funktionen. Also die werden eine Funktion von n Domänelementen auf ein Domänelement ergeben und endstellige Prädikaten, Symbole wie zuvor auf endstellige Relationen. Okay. Zuweisungen werden genau wie zuvor definiert. Wir weisen einfach Variablen zu bestimmten Domänelementen zu. Da ändert sich nichts. Das hat mit Funktionen nichts zu tun. Da sind nur Variable betroffen. Okay. Und damit kann man jetzt die Semantik formal definieren und auch diese Definition sieht eigentlich genauso aus wie zuvor. Also hier geht es um die Definition der Semantik auf atomaren Formeln. Also mal ohne die Operatoren, einfach nur die kleinstmöglichen Formeln. Das hatten wir schon mal gesehen und es sah fast genau gleich aus. Wir haben nur mehr zu berücksichtigen bei den Termen. Wir definieren uns wieder die Kurzschreibweise, wenn wir eine Zuweisung und eine Interpretation gegeben haben, dass wir sagen für eine Konstante c hoch i, z ist einfach c hoch i. x, eine Variable hoch i, z ist z von x und hier zahlt sich das schon das erste Mal aus, diese Notation für einen Funktionsterm t der Form f von t1 bis tn definieren wir t hoch i, z ist gleich Funktion f von i. Sie erinnern sich, war eine Funktion von Domänelementen in die Domäne. Aufgerufen auf den Domänelementen, die man bekommt, wenn man Terme t1 bis tn interpretiert. Je nachdem, was das ist, werden sie unterschiedlich interpretiert, aber man hat immer am Ende den Domänelement. Und das könnten natürlich auch selbst wieder Funktionsterme sein, dann würde diese Definition hier rekursiv greifen und würde uns wieder sagen, wie ich dieses t1 zum Beispiel auswerte. Wenn das ein g von irgendwas ist, dann müsste ich wieder das g interpretieren und so weiter und so fort. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende kommt bei der Interpretation von Termen ein einziges klar definiertes Domänelement raus. Egal welcher Fall ganz außen angewandt wird, es wird immer ein Domänelement sein, für das der Term steht. Und gut, wenn wir an der Stelle sind, dann können wir den Rest so definieren, wie zuvor. Ein Atom wird durch i und z erfüllt oder auf 1 abgebildet, hier Wahrheitswert war, wenn das Tupel, was ich erhalte, wenn ich die Terme interpretiere, in der Relation steht. Oder es wird auf falsch, Wahrheitswert 0 abgebildet, wenn dieses Tupel nicht in der Relation zu finden ist. Okay. Und das dann hochzuziehen, auf die Operatoren und auf Formeln mit Quantoren, das können wir genauso tun, wie zuvor. Da ändert sich gar nichts dran. Das bleibt exakt erhalten. Okay. Also das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch die Syntax und Semantik von Prädikatenlogik nochmal, aber diesmal mit den Funktionen. Okay. Auch nicht so schwierig, hoffe ich. Aber ich sage das so, ja. Ich weiß, einerseits ist es ziemlich einfach, andererseits sind es eine Menge Definitionen. Und es ist gut, sich mal eine Liste zu machen, was da alles für Begriffe vorkommen. Machen Sie sich ruhig mal eine Notiz, was da alles für Fachbegriffe schon aufgetaucht sind, wie wir die verschiedenen Dinge nennen und was das jeweils ist. Und es ist schon hilfreich, wenn man weiß, was für jedes dieser Fälle ein Beispiel sein könnte, wie sowas aussieht. Es sind am Ende nicht so viele Begriffe, aber man muss sie halt mal irgendwie internalisiert haben. Okay. Beispiel. Gemeinsam mit Gleichheit insbesondere eignen sich Funktionen sehr gut, um mathematische Operationen auszudrücken. Funktionen, das ist das typische, das typische Anwendungsbeispiel wäre eine mathematische Operation. Ich kann damit zum Beispiel die Theorie der kommutativen Monoide darstellen mit einem Funktionssymbol. Das schreibe ich jetzt infix, um es noch ein bisschen lesbarer zu machen. Das ist wirklich nur, genau wie bei Prädikaten, eine notationelle Variation. Das ändert nichts an der formalen Bedeutung oder nicht mal an der formalen Syntax der Formel möchte ich was ändern. Ja, also ich schreibe es einfach jetzt nur so hin, damit wir es leichter lesen können. Und mit so einem Funktionssymbol, was binär ist, binäre Funktion, kann ich die folgenden Dinge definieren. Also ich kann sagen, für alle x, y und z gilt mit x und y verknüpft mit y verknüpft mit z ist dasselbe wie x verknüpft mit y verknüpft mit z. Außerdem habe ich die besagte Kommutativität, x verknüpft mit y ist dasselbe wie y verknüpft mit x und außerdem in Monoiden habe ich ein Null-Element. Das heißt, ich habe hier irgendwie eine Konstante, die für Null steht, was auch immer die Null ja ist. Also Sie wissen, dass in der Mathematik muss das jetzt nicht um Zahlen gehen. So ein Monoid kann auch anderweitig definiert sein. Aber es ist jedenfalls ein Element, was neutral ist bezüglich der Operation. Das heißt also, für jedes x gilt x plus, dieses neutrale Element ist immer noch x. Das kann man jetzt unterschiedlich interpretieren. Ein mögliches Modell dieser Theorie wäre anzunehmen, die natürlichen Zahlen als Domäne, die Null tatsächlich als Null zu interpretieren und die Operation tatsächlich als Addition. Das ist vielleicht das Erste, an das man denkt. Andererseits muss ich warnen, es ist tatsächlich so, in der Logik kann man gut solche Beziehungen in allgemeiner Natur aufschreiben. Also zum Beispiel, dass eine Operation kommutativ sein muss, kann ich so formalisieren. Aber was mir nicht gelingt, ist in der Regel ganz spezifische Strukturen, die diese Eigenschaft haben, zu beschreiben. Also insbesondere, wenn ich eine Formel aufschreiben wollte, die genau die natürlichen Zahlen charakterisiert, dann würde mir das in der Prädikatenlogik nicht gelingen. In der Prädikatenlogik erster Stufe, wohlgemerkt. Das geht über die Logik hinaus. Was mit der ersten Stufe der Logik gut machbar ist, sind so allgemeine Gesetzmäßigkeiten aufzuschreiben, wie zum Beispiel Kommutativität. Also wenn Sie einen Mathegrundkurs im Informatikstudium belegt haben, dann haben Sie sicherlich auch ein paar von diesen Strukturen gesehen und die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, die man da so aufstellen kann, bei Gruppen, Ringen, Körpern, etc. Und fast alles, was man da aufgeschrieben hat, kann man oder ist schon fast in so einer Form, muss man nur noch vielleicht explizit ein paar Sachen machen, Quantorensetzen, etc. Und dann hat man das so homalisiert. Okay. Gut. Das ist also eine mögliche Anwendung von Funktionen aus dem mathematischen Kontext. Aber zurück zu Thuralf Skulen. Skulenisierung ist das Verfahren, was nach ihm benannt ist, was letztlich auf seine Ideen zurückgeht und für das wir die Funktionssymbole hier eigentlich brauchen. Das ist der einzige Grund, warum ich sie hier einführe. Sonst hätte ich mir die ganz und gar gespart. Aber dafür sind sie schon sehr praktisch. Wie funktioniert das? Sei für alle x1, für alle x2 und so weiter, für alle xn, existiert ein y-f eine Formel in Pränex-Form, bei der existiert ein y das erste Vorkommen eines Existenzquantors ist. Das heißt, Sie haben hier irgendein Präfix von Allquantoren. Das darf auch leer sein, wenn kein x vorhanden ist. Es könnte ein x oder viele enthalten. Und der erste Existenzquantor, der auftritt am Anfang der Pränex-Form, ist dieser hier mit dem y. Dann kann ich die Skulenisierung von y bilden. Und das ist die Formel, die so aussieht. Ich habe weiterhin die Allquantoren dort stehen. Und hinter ihnen folgt jetzt nicht der Existenzquantor, sondern es folgt eine Formel f'. f' ist definiert wie folgt. Das ist eine kleine Abwandlung der Formel f, in der ich jedes Vorkommen von y ersetze durch den Term f von x1 bis xn. Also das ist jetzt ein Funktionsterm offensichtlich. Den schreibe ich hier syntaktisch an all die Stellen, in denen y stand. Das sind natürlich freie Vorkommen von y in f, weil ich habe eine Pränex-Form. y kommt überhaupt nur dort vor, wo es durch den Quantor existiert, y gebunden wird. Und dieser Quantor ist hier gelöscht. Also in f betrachte ich den nicht. Wenn ich f für sich genommen betrachte, wie hier, dann wird y offenbar nicht gebunden. Okay, also dieses Vorkommen ersetze ich durch den Term. Und so einen Term nennt man auch einen Skolem-Term. Dabei, was ist dieses f eigentlich? Woher kommt das? Das ist ein endstelliges Funktionssymbol. Das hatten Sie sich schon gedacht. Ja, endstellig ist es offenbar. Das bisher nirgends verwendet wird. Also man sagt manchmal ein frisches Funktionssymbol, also ein ganz neu eingeführtes Symbol. Das nennt man eine Skolem-Funktion. Also das heißt, ich erfinde einfach ein neues Symbol syntaktisch, was noch nicht da war. Ich nehme das, um so einen Term zu bilden und ich setze diesen Term überall ein. Der Term hängt ab von x1 bis xn. Die Skolemisierung einer ganzen Formel und nicht nur einer einzelnen Variable hier in Pränexform erhält man dadurch, dass man jede ihrer existenziell quantifizierten Variablen Skolemisiert von vorn nach hinten. Ja, also man fängt mit der vordersten an und arbeitet sich so durch. Okay, das ist Skolemisierung. Und die Intuition, die wir jetzt haben, ist genau die, wie ich zuvor beim Vaterbeispiel erklärt hatte. Wir ersetzen den Wert, von dem wir wissen, dass er existieren muss, durch eine Funktion, die einen solchen geeigneten Rückgabewert haben soll, wodurch die Existenz eines Wertes letztlich gesichert wird. Also die Funktion muss irgendwas liefern, was an der Stelle stehen darf. Und genau wie beim Existenzquantor ist die Wahl dieses Ys, die Wahl dieses Wertes, abhängig von der Wahl der davorstehenden Allquantoren insbesondere. Auch der davorstehenden Existenzquantoren, aber da gibt es ja keine. Das heißt also, ich kann mich für Y entscheiden in Abhängigkeit der Entscheidungen, die für X getroffen worden sind. Ist ja auch klar, jeder hat einen Vater, aber nicht alle haben den gleichen. Das heißt also, ich muss zunächst wissen, um wen geht es und dann kann ich davon abhängig machen, welcher Vater jetzt der geeignete ist, der die Formel erfüllt. Und so ist es hier auch und das ist nur die Verallgemeinerung davon. Ich habe also mehr solche Symbole. Okay, Beispiel. Ich habe hier eine einfache Formel mit zwei Existenzquantoren. Für alle X existiert ein Y, sodass für alle Z ein V existiert, sodass PXYZV gilt. Die Formel ist wirklich nicht wichtig, deshalb habe ich einfach nur ein Prädikat genommen. Skolamisieren kann ich zunächst Y, weil das der erste Existenzquantor ist, indem ich nämlich Y ersetze durch F von X. F ist jetzt so eine Skolam-Funktion und dann kann ich als nächstes V skolamisieren. Da habe ich jetzt zwei Variablen davor, das heißt, ich muss V ersetzen durch G, wieder eine neue Funktion. Ich darf nicht dasselbe F nehmen. G von X, Z. Jetzt habe ich Abhängigkeit von 2D. Okay, und damit bin ich fertig. Skolamisiert. Okay, also Sie sehen, das ist eigentlich relativ einfach. Man ersetzt halt die existenziell quantifizierten Variablen. Man muss nur aufpassen, dass man die richtige Stelligkeit beziehungsweise die richtigen Abhängigkeiten in Form dieser Parameter mit hinzugibt. Aber das ist jetzt auch nicht so sonderlich schwierig. Man muss halt schauen, welche Alquantoren davor stehen und sich gemerkt haben, wie es überhaupt funktioniert. Okay, gut. Das ist eine tolle Umformung, ja, mit diesen Existenzquantoren. Wir werten dadurch die Existenzquantoren los. Und jetzt könnten Sie ja denken, nach der Erzählung, die ich Ihnen hier gegeben habe, von der Forderfunktion, die uns immer den richtigen Vater liefert, dass das eine semantisch-äquivalente Formel ergibt. Wir ersetzen einfach, statt dem Wert selbst, setzen wir eine Funktion ein, die den Wert liefert. Ist doch das Gleiche. So einfach ist es aber nicht. Diese Ersetzung führt nicht zu semantischer Äquivalenz, wie wir gleich sehen werden. Hier habe ich ein Beispiel dafür. Beispiel. Für alle x existiert ein y, so das gilt, px impliziert py. Das ist eine Tautologie, ja. Also, es ist wirklich wahr, für alle x gilt, falls p von x gilt, dann gibt es auch ein y, so das p von y gilt. Ja, ich kann einfach das Gleiche, was ich als x gewählt habe, auch als y wählen, und damit ist das erfüllt. Eine Tautologie. Wenn ich dagegen skolemisiere, dann entsteht für alle x, p von x impliziert p von f von x. Diese Formel ist keine Tautologie mehr. Sie ist widerlegbar. Das kann ich auch beweisen. Ich muss einfach nur eine Interpretation angeben, die die Formel widerlegt. Dafür nehme ich mir eine einfache Domäne mit zwei Elementen, die ich nun mal Alpha und Beta nenne, damit wir nicht immer nur Zahlen oder konkrete Dinge haben. Kann auch was ganz Abstraktes sein, Alpha, Beta. Das ist meine Grundmenge, über der ich interpretieren will. Ich sage, das Prädikat p enthält nur Alpha. Das ist eine Menge von 1-Tupeln. Da schreibe ich jetzt keine Klammern drumherum. Das ist einfach eine Menge von Elementen. Einstelliges Prädikat. Also, da ist nur Alpha drin. Und die Funktion soll jetzt für jedes Element Delta alles auf Beta abbilden. Also, die Funktion bildet Alpha wie auch Beta nach Beta ab. Dann stellt sich heraus, dass I diese Formel nicht erfüllt. Also, es ist nicht so, dass für alle x p von x impliziert, dass pf von x gilt. Da mit der Belegung x geht nach Alpha, wir feststellen müssen, dass px nicht p von f von x impliziert, da px gilt. p von Alpha gilt ja, aber p von f von x ist p von f von Alpha, ist p von Beta gilt nicht. Und damit ist es widerlegt. Okay, also wir sehen, die Bedeutung der Formel hat sich schon geändert. Es ist nicht so, dass diese Ersetzung genau die gleiche Bedeutung am Ende erhält. Und Sie sehen natürlich auch, warum das so ist. Warum ist das so? Naja, weil wir die Funktion irgendwie interpretieren können. Ich hatte ja gesagt, wenn ein geeigneter Wert für die qualifizierte Variable existiert, dann gibt es auch eine Funktion, die diesen Wert produziert. Aber das heißt natürlich nicht, dass in allen Interpretationen die richtige Funktion gewählt wird. Selbst wenn es immer einen Wert gibt, muss das nicht so sein. Und das sieht man auch schon hier an dem Beispiel. Das hier ist eine Tautologie, weil man einfach immer für y das wählen kann, was man auch für x gewählt hat. Also ich würde einfach sagen, wenn ich immer für alle x das y wähle, was gleich x ist, also das gleiche Element, dann gilt die Implikation, weil dann einfach p von x impliziert, p von x hier steht, effektiv. Aber unsere Funktion, die ich hier gewählt habe, die war nicht so. Die hat nicht jedes Element auf sich selbst abgebildet, sondern die hat alle Elemente nach Beta geschickt. Und deshalb ist sie eben nicht die erwartete Interpretation. Okay, also das heißt, die Formel kann widerlegt werden, wenn ich ungünstige Interpretationen für die Funktionssymbole wähle. Weil ich eben nicht ausdrücken kann, es gibt irgendein Funktionssymbol. Oder kann ich das doch? Kann ich sagen, es gibt eine gute Lösung? Na, im Prinzip schon. Wenn ich sage, es gibt eine Möglichkeit, das richtig zu interpretieren, das ist ja gerade Erfüllbarkeit. Also das heißt, für Erfüllbarkeit funktioniert es tatsächlich. Also Skolimisierung, kann man erkennen, erhält Erfüllbarkeit. Satz, eine Formel in Prenexform f ist genau dann erfüllbar, wenn auch die Skolimisierung von f erfüllbar ist. Und das sollte jetzt relativ klar sein, nach dem langen Vortext, den ich Ihnen gegeben habe. Man muss einfach nur die richtige Funktion wählen. Wichtige Anmerkung, warum ist es wichtig, diesen Satz zu erkennen? Man kann damit einen Erfüllbarkeitstest auf der Skolimisierten Formel ausführen. Und das ist wunderbar, weil wir wissen, logisches Schließen lässt sich auf Erfüllbarkeit zurückführen. Und das heißt, Umformungen, die wenigstens die Erfüllbarkeit erhalten, sind ausreichend. Man muss keine Äquivalenz haben. Okay, den Satz möchte ich Ihnen schnell beweisen. Im Prinzip ist das nur eine Formalisierung auf mehreren Folien des intuitiven Gedankens, den ich Ihnen jetzt schon ein paar Mal erklärt habe. Wir bilden einfach, wir verwenden einfach eine Funktion, die uns das Richtige liefert. Okay, Beweis. Wir zeigen die Behauptung für die Skolimisierung einer einzelnen Variable. Das heißt, wir zeigen zunächst mal, dass Erfüllbarkeitsäquivalenz gilt zwischen dieser Formel und der Formel, die ich erhalte, wenn ich den Existenzquantum eliminiere und dafür ein Funktionssymbol einsetze oder ein Funktionsterm einsetze. Warum reicht das? Naja, wenn man das für einen Schritt gezeigt hat, dann folgt es auch für viele Schritte, endlich viele Schritte. Das ist ein Induktionsargument schon wieder. Das sind Sie schon gut daran, das zu erkennen. Aber wir können auch einfach sagen, wir sehen es ja. Wenn ein Schritt das erhält, dann erhalten auch endlich viele Schritte. Okay. Wie kann ich das schaffen? Naja, zunächst einmal gehe ich mal davon aus, die eine Seite gilt. Also ich habe eine Interpretation, die diese Formel erfüllt. So beginnen wir. Das ist genau dann der Fall. Und jetzt mache ich in einem Schritt die Auflösung der Allquantoren und des Existenzquantoren und sage es, dass es genau dann war hier, wenn für alle möglichen Elemente Delta 1 bis Delta n, die ich wählen könnte aus der Grundmenge, es ein Epsilon aus der Grundmenge gibt, sodass I mit der Variablenzuweisung, die x1 nach Delta 1, 1xn nach Delta n, y nach Epsilon schickt, f erfüllt. Ja, dann einfach bloß die Quantoren. So, um jetzt weiterzukommen, ich möchte ja irgendwie zu f, muss ich jetzt über die Interpretation von f etwas aussagen. Wir definieren jetzt, dass f so interpretiert werden soll durch I, dass Delta 1, I oder f von I, f hoch I angewendet auf Delta 1 bis Delta n, Epsilon ergibt für ein solches Epsilon. Also, ich gehe mal, lesen Sie es mal von oben nach unten. Bis jetzt haben wir nur gesagt, für jede Kombination von Delta 1 bis Delta n gibt es ein passendes Epsilon. Wenn es eins gibt, kann ich eine Funktion definieren, die ein passendes raussucht. Das Auswählen ist natürlich immer so eine Sache, aber in dem Fall sollte es klar sein, dass das geht. Gut, wenn ich also das jetzt so definiere, die Funktion kommt ja bisher in f nicht vor, das heißt, wie ich die interpretiere, ist mir überlassen. Ich kann also die Interpretation I gerne so erweitern, sozusagen. Dann kann ich schreiben an der Stelle, die vorherige Bedingung gilt, oder wenn die gilt, dann folgt daraus, dass für alle Delta 1 bis Delta n in der Grundmenge wir erkennen, dass I mit x1 geht nach Delta 1, xn geht nach Delta n, f erfüllt, wobei wir y durch diesen Funktionsterm f von x1 bis xn ersetzt haben. Und dass das äquivalent ist zu dem vorigen, ergibt sich einfach durch die Interpretation von f, weil wir wissen, wenn wir die Zuweisung hier anwenden, dann erhalten wir Delta 1 bis Delta n. Wenn wir f interpretieren, erhalten wir diese Funktion und angewendet auf Delta 1 bis Delta n gibt die uns ein passendes y und damit ist das korrekt. Es ist die gleiche Aussage wie zuvor, als wir das y durch das f direkt ersetzt haben. Und das gilt nun, wenn ich die Quantoren wieder zusammenziehe mit der Semantik, genau dann, wenn I die Formel mit all Quantoren und f ersetzt durch diesen Ausdruck, y ersetzt, pardon, durch diesen Ausdruck erfüllt. Okay. Das ist jetzt ein bisschen ein verkürzter Beweis, weil ich habe hier gerade genau dann wenn geschrieben. Ich denke, von oben nach unten ist erstmal klar, so haben wir es gerade gemacht. Wenn wir eine Interpretation finden, die die Formel so erfüllt, dann können wir der Interpretation eine feste Definition von f mitgeben, denn bis dahin war die Definition von f egal an der Stelle, f kam ja gar nicht vor. Das ist ja eine neue Funktion beim Scholemisieren und dann wird das mit der Definition von f auch durch i erfüllt werden. Das heißt, wir haben dann in dem Fall eine Interpretation konstruiert, die die Formel wahr macht, die scholemisierte Formel und das zeigt also Erfüllbarkeit, propagiert sich von oben nach unten. Wir können aber auch umgekehrt die ganze Sache lesen. Ich habe hier überall genau dann wenn, das heißt, die Implikation funktioniert auch in die Rückrichtung. Wenn ich also ein i habe, was die ganze Formel erfüllt, so wie sie hier gegeben ist, mit der Ersetzung durch f, dann heißt es, dass das gelten muss. Und das bedeutet aber, dass es, jetzt kann ich das umgekehrt lesen, ich kann sagen, also ich nehme hier den Funktionswert von f für diese Werte und das ist mein Epsilon und diesen Wert setze ich hier ein. Dann habe ich also einen Wert gefunden, für den die Formel erfüllt ist und den kann ich, damit existiert so ein Wert und damit ist klar, dass das geht. Also es funktioniert in beide Richtungen. Ein bisschen sloppy, wie ich es aufschreibe, ein bisschen leicht schlampig, aber ich hoffe, Sie können folgen. Okay, so geht das und natürlich, dass ich das einfach so definieren darf, liegt wie gesagt daran, dass die Funktion bisher nirgends vorkommt und nirgends sonst verwendet wird. Das heißt, es gibt auch keine anderen Bedingungen und natürlich für andere Eingaben Delta 1 bis Delta n muss ich vielleicht die Funktion auch entsprechend anders definieren, aber es gibt keinen zweiten Fall, wo die genau gleichen Parameter verwendet werden und ein anderer Wert rauskommen müsste, weil dieses f wirklich nur für diese spezifische Situation hier gebraucht wird. Okay, so, damit habe ich den Satz bewiesen, Scholemisierung wirkt, wir können die Erfüllbarkeit erhalten und es scheint also so, dass mit Funktionen mehr ausgedrückt werden kann als mit Existenzquantor. Ich kann die Existenzquantoren eliminieren und stattdessen einfach Funktionen verwenden und ja, Funktionen sind ja auch so ziemlich nützlich, man kann sie auch, habe ich gezeigt, verwenden, um irgendwelche mathematischen Dinge zum Beispiel zu definieren. Das heißt, es scheint so, dass also Funktionen ausdrucksstärker sind als Existenzquantoren. Aber Sie ahnen schon, wenn ich so frage, ist es wahrscheinlich nicht so. Die Antwort lautet, nein, man kann genauso gut, wenn man Existenzquantoren hat, dadurch rückwirkend Funktionen ausdrücken. Das ist jetzt ein bisschen eine Abschweifung von unserer Hauptthematik der Scholemisierung hier, aber passt gut in das Thema der Funktionssymbole der Prädikatenlogik. Also, Grundidee ist, man kann eine endstellige Funktion f durch ein n plus einsstelliges Prädikat pf darstellen. Das ist eine ganz allgemeine Technik in der Mathematik und in der Logik ganz besonders. Deshalb ist es vielleicht ganz nützlich, die mal gesehen zu haben. Und zwar, wie sieht die Theorie aus? Dieses neue Prädikatensymbol wird quasi so axiomatisiert. Ich schreibe, für alle x1 bis xn gibt es ein y, so dass pf x1 bis xn, y gilt. Also mit anderen Worten, das Prädikat pf setzt die Argumente mit seinem Funktionswert unter f in Beziehung. Das ist die Grundidee. Und damit das wirklich eine funktionale Beziehung ist, schreibe ich noch als zweites Axiom dazu, für alle x1 bis xn und alle y und alle z gilt, falls x1 bis xn den Wert y haben und x1 bis xn den Wert z haben, dann muss y gleich z sein. Gleichheit. Und wir wissen, Gleichheit kann man auch wegtransformieren, wenn man Gleichheitstheorie dafür verwendet mit einem neuen Prädikat eq. Okay. Auf diese Art habe ich indirekt ausgedrückt, dass es eine Funktion gibt hier und der Funktionswert ist einfach das letzte Argument in pf. Also pf, wenn ich das als Relation betrachte, die interpretiert wird, ist das, was man in der Mathematik den Graphen der Funktionen nennt. Ja, also es ist die Zuordnung, die relationale Zuordnung von Funktionseingaben zur Ausgabe. Okay. Und wenn ich das einmal habe, diese Axiomatisierung, dann kann ich die Funktionen an allen Stellen, wo sie noch vorkommen, einfach entsprechend ersetzen, indem ich neue Existenzquantoren einfüge. Zum Beispiel, wenn ich ein Atom habe, was so aussieht, also Prädikat q von f von x, g von y, z, dann kann ich das ersetzen durch eine neue Teilformel, die da heißt, es gibt ein v, das ist der Funktionswert für f, und es gibt ein w, das soll der Funktionswert für g sein, so dass pfxv gilt und pgyzw gilt und q von v, w. Also ich habe diese, die Funktionen jetzt sozusagen flach gemacht und konjunktiv daneben geschrieben. Das geht auch mit geschachtelten Funktionen genauso. r von g von f von x, y wird wieder mit zwei Existenzquantoren, es gibt ein v und ein w. Ich muss jetzt von innen her anfangen, ich sage, es gibt, das v ist der Funktionswert von f für x, also pfx, v gilt und w ist der Funktionswert von g auf diesem v und y, also pg, v, y, w gilt und r gilt für das Ergebnis dieser Sache, also r von w. Okay, also so kann man das machen. Da habe ich also beliebige Funktionen ersetzt und bin sie wieder losgeworden und das kann man jetzt überall so durchführen und die Atome entsprechend durch Teilformeln ersetzen und wir würden dann erhalten, Satz, für jede Formel der Prädikaten mit Funktionen gibt es eine erfüllbarkeitsäquivalente Formel ohne Funktionssymbole, welche in linearer Zeit berechnet werden kann. Ja, das ist nicht viel Aufwand, was hier notwendig ist. Okay, gut, das mache ich jetzt ohne Beweis, aber ich hoffe, Sie glauben es mir, aber wichtig also, wir sehen, auch ohne Funktionssymbole kann die Prädikatenlogik Funktionssymbole darstellen. Alles, was ich mit den Funktionen machen kann, kann ich auch direkt mit Prädikaten machen, mit ein bisschen mehr Quantoren. Sie sehen auch, dass diese Transformationen, die erfüllbarkeitsäquivalenten Transformationen, die wir jetzt kennengelernt haben, die Skulamisierung einerseits und diese indirekte Darstellung von Funktionen durch Prädikate andererseits nicht invers zueinander sind. Ja, also wenn ich jetzt das, was ich hier indirekt erhalten habe, wieder Skulamisiere, also das, was ich hier zum Beispiel habe, wieder Skulamisiere, dann bekomme ich wieder neue geschachtelte Funktionssymbole. Wenn ich die dann wieder wegtransformiere, würde ich wieder mehr Konjunktionen bekommen. Also das ist, das ist nicht invers zueinander, aber trotzdem wird die Erfüllbarkeit immer erhalten bleiben. Okay, gut, Zusammenfassung, Funktionen, die folgenden Varianten von Prädikatenlogik haben in gewissem Sinne die gleiche Ausdrucksstärke, ja, in gewissem Sinne, also was die Erfüllbarkeitsdarstellung betrifft, auf jeden Fall. Prädikatenlogik, wie wir sie eingeführt haben, ohne Funktionssymbole, Prädikatenlogik mit Funktionssymbolen, Prädikatenlogik mit Funktionssymbolen, in Renex-Form ohne Existenzquantor. Also diese spezielle Form können wir auch herstellen, wenn wir wollen und erhalten die Erfüllbarkeit. In jeder dieser Logiken kann man zudem wahlweise ein Gleichheitsprädikat hinzufügen oder auch nicht. Also das heißt, auch Gleichheit lässt sich hier immer noch darstellen. Gut, also viele Optionen sehen Sie schon und ja, die meisten Eigenschaften dieser Logiken sind auch sehr ähnlich, sodass man, wenn man einfach Prädikatenlogik sagt, nicht allzu sehr sorgen muss, dass das Gegenüber dann was ganz anderes versteht und dadurch sich ganz andere Ergebnisse oder Eigenschaften ergeben. Aber für unsere Vorlesung ist das die Terminologie. Prädikatenlogik ist erst mal die Grundvariante ohne die Funktionssymbolen. Okay, was bringt es dann überhaupt, die Scholem-Funktionen hier zu verwenden, anstatt einfach bei unseren schönen Existenzquantoren zu bleiben? Und naja, das liegt auf der Hand, wir werden die Existenzquantoren los, das heißt, es gibt nur noch eine Art von Quantoren und das ist sehr nützlich, wie wir sehen werden, weil wir uns dann nicht mehr merken müssen, was wie quantifiziert ist. Können die auch einfach nicht schreiben und wissen, dass es implizit allquantifiziert sein wird. Und zweitens haben wir dadurch erreicht, dass die Abhängigkeiten, die immer bestehen von existenziell bestimmten Elementen zu bestimmten universellen Elementen, dass diese Abhängigkeiten explizit syntaktisch dargestellt sind. Das heißt, wir haben syntaktische Repräsentationen von Abhängigkeiten und das ist auch sehr nützlich, wie wir sehen werden, in Algorithmen, die logisch schließen. Gut, lassen Sie mich noch zum Schluss Ihnen ein Beispiel geben vom Anwenden der Skolimisierung. Wir skolimisieren das Beispiel, was wir die ganze Zeit bearbeitet haben. Sie erinnern sich, Wahrheitssager und Lügner, wir waren schon bis zur Pränexform gekommen und hatten diese Situation hier für alle x1 bis x5 gibt es x6 und x7, sodass das hier geht. Sie sehen, eine lange Kette von vorgestellten Allquanturen. Ich hatte mal erwähnt, wir hätten die Pränexform auch anders bilden können. Wir hatten hier freie Wahl, wir hätten auch die Existenzquanturen nach vorne holen können. Das würde uns jetzt Arbeit sparen, aber so sehen wir besser, wie Skolimisierung funktioniert. Also ich würde jetzt zunächst x6 skolimisieren und dann x7 und in beiden Fällen wären die Parameter genau gleich, weil ja zu dem Zeitpunkt, wo x7 skolimisiert wird, bereits x6 verschwunden ist. Das heißt, davor steht auch wieder x1 bis x5. Und damit erhalten wir für beide fünfstellige Skolim-Funktionen, die müssen auch unterschiedlich sein. Ich nenne die mal f6 und f7, passend zu den Subskripten hier. und das wäre dann unsere skolimisierte Version der Ok. Gut. Damit sind wir am Ende. Das war ein bisschen längeres Video, das längste in dieser Vorlesung. Ein kurzes Video zum Thema Klauselform habe ich noch. Das geht doch verhältnismäßig einfach wieder. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Klauselform